Hey Leute und willkommen zum siebten Part von Let's Play Undergrounds. Oh, dieses geile Level haben wir hinter uns gebracht, hier. Der dance noch ein bisschen rum und wir laufen einfach mal weiter. Unity Key. Oh, ich hab schon gedacht, das wär's gewesen, wenn ich keinen Key gehabt hätte. Nein, aber in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Und alles ist super. Zack. Und jetzt kommen wieder diese Frauen oder was? Und jetzt bis zum nächsten Level passiert wieder nichts. Zack. Well. Well. The fuck. Wir hatten... Nee, nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Oh. Und jetzt hat er eine Pistole. Jetzt hat ein Skelett eine Pistole. Ein Skelett. Nennt mir ein Skelett auf der Welt, das eine Pistole hat. Hier steht wie irgendein Krüppelfiech um die Ecke. Nein? Oh. Hat mich gewundert. Nennt mir ein Skelett, was eine Pistole mit sich rumträgt. Ein Skelett. Komm, es stirbt. Ah, okay, mit der Waffe kann ich's auch erledigen. Ja, bam. Bam. Ja, hallo? Komm, was ist das? Oh, Mann. Oh, Mann, komm. Ihr wollt mich doch verarschen. So kann ich hier ewig spielen, ohne dass irgendwas Geniales passiert, ey. Hä? 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 Wieso lebt das? Ernst? Dazu hab ich doch nichts mehr zu sagen. Ja. Das ist einfach nur noch lächerlich. Dieses Scheißspiel. Warum spiel ich das eigentlich? Warum spiel ich das? Warum spiel ich das? Und dieses Skelett, auf das hab ich am wenigsten Lust. Ich hab's noch zuerst gar nicht gesehen. Boah, man sieht das gar nicht. Hallo? Ja, okay. Zack, 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 zack. Hallo? Zack, zack, zack. Ja, ich hab dich 30 Mal getroffen. Warum stirbst du nicht? Ich hab dich 30 Mal getroffen. Und da hab ich... Ich hab dich 30 Mal getroffen. Wieso kannst du nicht sterben? Du bist ein Skelett. Du dürftest eigentlich nicht mehr leben. Skelett. Mit einer Pistole. Die Pistole hab ich aus dem Souvenirladen. Ganz genau, ey. Oh, jetzt hab ich... Oh, jetzt hab ich tatsächlich so eine Patrone... ...wegen so einer... ...Hackfresse. Hackfresse vergeudelt. Ein Skelett mit einer Pistole. Ja, bitte laden nach. Okay, zack. Los, bitte. Man! Okay. Noch ein Versuch. Bitte. Ich bin doch nicht der Ego-Spiel-Zocker, der irgendwie, keine Ahnung... ...sonst wieviel... ...Hum ballert, ne? Ja, lade, bitte. Ja. Ich hab Zeit. Könnte ich da eben Leben verloren, ne? Da-da-da-da-da-da-bam. In your face. Gold, die Krippel! Zack. Zack. Oh, jetzt aber, wenn... ...stirbt? Ist die tot? Geil. Oder so macht man das? Ah. Nice. Das nächste krieg ich jetzt auch. Das nächste krieg ich auch. Aber mit womit? Mit welcher Waffe? Näh. Die ist aufgebraucht. Na, geil. Muss hier also runtersprengen. Hallo? Ja, sterb bitte. Ja, ich pack das rum. Nice. Sonst wär ich nämlich schon längst tot, ey. Ey, stirb. Stirb. Stirb! Oh, Mann. Ey, ernsthaft? Was ist das für ein Spiel, wo man wegen einem... Nicht, dein Ernst. Nicht noch eins. Nicht noch eins. Nicht noch eins. Denn ja. Lol, nein. Das... Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Guck mal, ich bin jetzt seit einer halben Stunde bei Level 7. Nein, das... Das ist... Ne, ne. Ich... Nicht noch ein Versuch. Nicht noch ein Versuch. Da hab ich echt keine Lust mehr drauf. Ja, wie machen wir jetzt? Soll ich nochmal da auf zurückgreifen irgendwann? Ne, aber... Ne, ich hab da echt keine Lust mehr weiter zu spielen. Ihr habt bestimmt auch keine Lust mehr, mich weiter ablosen zu sehen. Nein. Ne, ich... Ich wär das... Oh, ey. Ja, das war Let's Play Undergrounds Part 7. Bin ich jetzt... Ach, keine Ahnung. Hab nicht drauf geachtet. Ich hab mich einfach nur noch aufgeregt wegen diesen... Guck mal, Skelett. Wie kommt ein Skelett an eine Pistole? Aber... Ne, lassen wir es... Äh... Lassen wir es einfach bleiben. Ähm... Ihr könnt es euch natürlich auch downloaden. Ich hab's unten natürlich wieder, wie immer, im Link angegeben. Ob ihr Nerven habt, das zu spielen... Ah, weiß ich nicht. Doch, eigentlich ist es ganz lustig. Bis zum Level 7. Ähm... Ja, sonst bedanke ich euch. Bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und... Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Let's Play wieder. Ja, das war's von mir. Und das war Let's Play Underground.